16. Jahrhundert. In den Häfen Europas setzen Schiffe die Segel. Tausende auf der Suche nach Abenteuern, nach Gold oder auch nach einem neuen Leben wagen die gefährliche Fahrt zum neuen Kontinent in die neue Welt. Sie überwinden die ungebändigten Meere, sie bestehen vielfältige Abenteuer, sie lernen Dinge kennen, von denen sie nie zuvor träumten. Auf dem neuen Kontinent aber folgen sie nur noch dem Zauberwort El Dorado. Sie suchen die geheimnisvollen Städte aus Gold. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017